Ich würd' sagen, können wir mal rein. Bildsturz. Hügelgrab. Ja, noch gehen die Ladescreens recht schnell. Wie gesagt, ich bin mir jetzt noch nicht sicher, wie ich's mache. Aber wenn sie länger gehen, werde ich's auf Garantie rausschneiden. Dass ihr nicht so lange warten müsst. Das nehm' ich mit. Oh, oh, schick. Ich hoffe, wir hören das noch. Ich hoffe, das war laut genug. Und die beiden sagen jetzt nichts mehr. Watsch. Ich würd' sagen, nett gelöst. Ja, da sieht man mal, dass die sich nicht... Alter. Da sieht man mal, dass die sich nicht verstanden haben. Hm. So. Das kann man eigentlich theoretisch gleich mal austauschen. Ähm. Wo ist es denn? Eisenschwert. Durch. Stahl durch. Hä? Okay. Ah. Okay, dann. Neun und zehn. So, wie rum hab' ich das jetzt? Okay. So läuft das. Also theoretisch könnte ich auf Zweihänder umsteigen, aber ohne Axt, die brauchen wir auf jeden Fall. Also spätestens wenn ich mal irgendwann ein Pferd hab' weil man da auch voll überladen schnell reisen kann, werde ich auf jeden Fall mehr mitnehmen. Eigentlich lasse ich generell nichts liegen, aber ich möchte jetzt für SLP nicht gerade... Ach, jetzt hab' ich schon drei Langbögen, ich hab' die immer noch nicht ausgetauscht. Äh, ist ja gut. Machen wir's jetzt. Ähm. Erstmal das hier. F. Den nimm mal weg, den nimm mal drauf. Die kommen weg. Den auch nur mit drauf. Ach, das würde mich auch reizen. Aber damit ist man so langsam. Ja gut, jetzt haben wir das auch schon mal gewechselt. Hier rum. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Jawoll. Ah, wir machen alles mit. Hm. Hier, hier, hier. Boah. Boah. Brr. Boah. Okay. Leer, leer. Hier hab' auch schon jemand. Halt. Hab' ich da was? Nein, hab' ich nicht. Okay. In jede Ecke schnacken. Aber hier ist nix. Ne. Okay. So. Wer hat euch eigentlich umgebracht? Grad ein bisschen low hier. Das ist auch leer. Leinentuch. Wenn wir so brauchen, wissen wir ja wo wir hin müssen. Also wie gesagt, auf diesem... Jetzt im Moment ist dieses Spiel komplett ohne Mods bis auf diesen hässlichen Überrest, den ich nicht entfernt bekomme. Warum auch immer. Oh, da vorne ist jemand. Was hast du vor, Junge? Oh, okay. Ja gut, ist ja offensichtlich, als ob ich das nicht gewusst hätte. Fackle ist immer gut, gerade wenns dunkel ist. Oh, den nehmen wir mit. Okay. So, was haben wir denn? Schlange, Schlange, Fisch. Soll das überhaupt ein Fisch sein? Ähm. 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 Falsch dachte. Schlange. Schlange. Fisch. Ähm. Okay. Ruhig. Ruhig in jede Ecke, Luken. Dass man auch ja nichts übersieht. Oh, tops. Aber komisch ist, der ist doch hier durchgekommen, oder? Aber... Achso, der hat... Ah, der hat das Tor wieder zugemacht. Der Sack. Okay. Leer. Hier ist noch was drin. Ähm. Ja. Autsch. Kleines Mistass. Du kleines blödes... Dieb. Taschendiebstahl verbessert auf 16. Nice. Ach, ich wünsche mir, ich hätte die Mod wenigstens drauf gemacht, wo man... Autsch. Du Eule. Du auch noch. Vergiss es. So nicht, Freundchen. Ich würde sagen, zur Alchemie kommen wir dann auch mal ein bisschen später. Dann können wir auch schöne Sachen machen. Zum Beispiel die Eildränke selber herstellen, oder sowas. Aber ich denke mal, die meisten von euch wissen das, weil Skyrim ist ja schon ein bisschen älter. Aber ich finde, Skyrim wird einfach nicht alt. Das ist schon mal mein Motto, meine Devise, muss ich sagen. Alles... Okay. Okay. Stillschweigen. Oh, okay. Ja, ich habe schon wieder nicht nachgeguckt. Sorry dafür. Ähm. Was? Oh. Äh. Ja. Woah. Hilf mir, es loszuwerden! Hilf mir! Mit 3! Alter! Ah! Tötet es! Tötet es! Tötet es! Ähm. 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 Zwo? Wie ist das jetzt? Weiß ich gar nicht. Ähm. Pass auf, wir machen das anders. Ja, wir machen das definitiv anders. Ich muss die Einzelhandwaffen sowieso ständig selber ausrüsten. Also probieren wir es mal mit diesem Teil. Und das rüsten wir auch gleich aus. Bärbitch! Tötet es! Tötet es! Tötet es! SAU DU! Was schreist denn du da so rum? Was vorste Zeit ab? Bis du dran bist. Oh, Dietrich, dankeschön! Halt. Ähm. Habe ich den schon? Ja. Oh, alter. Nerv nicht. Echt jetzt. Das ist ja mega. Das ist doch der Typ, oder? Halt mir Hilfe! Ihr, hier drüben. Ihr habt es geschafft. Ihr habt es getötet. Jetzt schneidet mich los, bevor noch etwas anderes auftaucht. Ja, die Klaue. Ich weiß, wie sie funktioniert. Die Klaue, die Zeichen, die Tür in der Halle der Geschichten. Ich weiß, wie alles zusammenpasst. Helft mir herunter, dann zeige ich es euch. Ihr werdet nicht glauben, welche Macht die Nordsee verborgen haben. Na sicher. Du zeigst es mir. Süßer Atem von Arkei. Dankeschön. Tch, der haut doch ab. Es lockert sich. Ich kann es spüren. Du im Kopf, warum sollte ich den Schatz mit jemandem teilen? Hallo? Ey Arschloch. Ach, lauf doch vor. Ist mir doch egal. Gut. Den kriegen wir. Das ist kein Problem. Na, 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 na. Was ist denn hier? Was ist denn das? Nichts. Nee. Das fass ich nicht an. Irgendwas schleiche ich hier rum. Ähm. Was? Noch mehr? Wo? Ah. Hallo. Idiot. Ach. Schon wieder? Das ging schnell. Altes... Naja, gut. Okay. Ähm. Wo ist der Typ jetzt hin? Shit. Shit. Gold, 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 gold. Ja, den hab ich schon gesehen. Gucken, ob man anlocken kann. Geh in die Falle. Na, komm. Geh in die Falle. Geh in die Falle. Bin ehrlich blöd. Ach, fuck. Scheiße. Ich hab nichts auf der Eins. Ich hab nichts auf der Eins. Verdammt. Ja, da auf, Junge. Okay, das war ein bisschen Fail. Muss ich dazu, muss ich jetzt zugeben. Das war ein bisschen Fail. Nee. Das kannst du behalten. Äh, das kannst du behalten. Hehe. Ich ladsch jetzt da nicht drauf. Ach, hier bist du hingelaufen. Ja. Pech gehabt. Schick. Da, 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 da. Okay. Ähm. Bücher. Tagebuch. Meine Finger zittern. Ich halte die goldene Klaue endlich in Händen. Und mit ihr die Macht über die uralten Nordhelden. Dieser. Schwachkopf-Lukan. Warte. Warte. Hat keine Ahnung, dass die. Was? Lieblings-Dekoration seines Ladens in. Wirklich der Schlüssel zum Bätscher Zügelgrab war. Jetzt muss ich nur noch zur Halle der Geschichten und die Tür aufschließen. Der Legende nach haben die Nords den Zugang mit einer Prüfung versehen, um die Unwürdigen fernzuhalten. Aber es heißt, wenn ihr die Klaue, wenn ihr die goldene Klaue besitzt, dann liegt die Lösung in der Hand. Okay. Äh. Okay, goldene Klaue. Moment. Da war doch was. Ähm. Ja, ich weiß. Das will ich auch gar nicht. Ah. Ach, stimmt. Ja, genau. Also Bär. Was ist das? Libelle und Eule. Okay. Mal gucken. Jetzt müssen wir natürlich erst mal bis zur Tür kommen. Ah, wisst ihr was? Ich glaube, wir machen mal was. Einstellungen. Gameplay. Was ist denn überhaupt? Adapt. Expertemeister. Legendär. Ja, komm. Ich glaube, wir lassen mal auf Adapt, oder? Oder? Gibt es noch was? Lehrling. Nur Wixe. Achso, Quatsch. Verdammt. Ja, weil irgendwie kommt mir das gerade ein bisschen zu einfach vor. Ich will euch ja damit nicht langweilen, wie ich hier durchrase. Ähm, hallo? Scheiße, ich hab vergessen, die Waffe zu wechseln. Ja, das war jetzt nicht gut. Äh. Neue Stufe. Ähm, da weiß ich übrigens noch, dass man das sich aufheben kann. Für gewisse... Gewisse... Woa. Ähm, sechs. Okay. Bumf. Alter, was war das? Woa. Woa. Fett. Oh, okay. Ist der... Ne, der ist schlechter. Aber sieht gut aus, irgendwie. Keine Ahnung. Aber na gut. Schlechter ist. Din 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 din. Ich bin fast schon wieder überladen. Pelsen. Na gut, das brauchen wir nicht. So, da oben war noch irgendwas. Das weh sich auch noch. Äh. Spring, Junge. Leerling. Oh nein. Na gut, wir haben ja 25. Ja, das war ganz gut. Okay. Harmonie-Rolle. Neh, nehm alles mit. Achso, aber jetzt... Ich glaube, wir machen jetzt trotzdem mal die neue Stufe. Weil sonst... Ähm, machen wir jetzt Ausdauer. Wie gesagt, ähm, Magiker werde ich mal ein bisschen vernachlässigen. Schwer-Röstung, Schmiedekunst. Verzaubern. Was mache ich denn jetzt? Ähm. Hm, hm, hm. Ist auch immer so eine... Schöne Frage, was man jetzt macht. Ja, komm, wir machen erst mal einhändig weiter. Würde ich sagen. Guck mal, wenigstens da schon mal 20% mehr Schaden. Kann ja nicht schaden. Ja, der war schlecht. Äh, ich hab schon mal zwei Hände eingesammelt. Na egal. So nicht, Freunde. Ich komme zu weit weg. Das ist ja voll ätzend. Hm. Gucken, ob das funktioniert. Haha. Nice. Ich trage schon wieder zu viel. Ach, ich hab das Ding eingesammelt. Nein. Das war doch nicht. Ich hab schon wieder nichts auf der 1. Okay, auf der 2. Hä? Okay. Hallöchen. Saufenfreie Haus heute, oder wat? Alter, meine Gesundheit. Shit. Das war wie eine Blindtaum-OP. Ach, Mist. Entschuldigung. Das war nicht meine Absicht. Okay. Habe ich das jetzt echt auf der 2? Ah, okay. Auf der 2 kann man dann so wechseln. Ah, nice. Okay. Gut zu wissen. Jo. Warum stecke ich die Waffen eigentlich weg? Na, komm. Das war mal einhändig gelevelt. So schlecht sieht er nicht aus. 19. Wie viel hat denn meiner? 19. Ich glaube, der ist auch besser. Ne, auch bloß 19. Gut. Hat sich das schon geklärt. Verkaufen, 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 verkaufen. Warum baut man hier bitte eine Tür ein? Ha. Boah. Okay. Ist zufällig jemand gesehen, was das war. Eisen. Okay. Hat sich schon geklärt. Hört der auch mal wieder auf? Ach, jetzt. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Sag ich mal. So unverhohlen. Unverhohlen. Kommt mit. Pilze. Leuchtpilze. Autsch. Alter, war das Ding schon immer so groß. So dichter Ohr. Alter. Staub Mutti. Alter. So. Haben wir hier unten was? Mit Schierlett. Mit Yeld. Du warst nix. Hm. Ein Novize. Okay. Das ist die Richtung. Oh. Nein. Das war zu weit. Jetzt. Schön. Gut. Ja, die können wir drin lassen. Warte, das nix. Jups. Na, komm schon. Springt der eigentlich? Ja, springt. Okay. Dachte schon, der springt nicht. Warum auch immer. Ich will jetzt nicht direkt sagen, freundlich aus, weil bestimmt gleich der nächste kommt, wenn ich das richtig in Erinnerung hab. Äh, hast du ein bisschen gewusst. Warum mach ich die Klappe immer so weit auf? Er hat danach gebettelt. Oh, siehst du fast die Kiste übersehen. Oh, cool. Ja, nicht so cool. Ölsturzügelgrab. Heiligtum. Oh, okay. Hm. Na gut. Oh, Gott. Ich hör schon. Oh, nein. Schon wieder. Oh. Ähm. Eins. Zwei. 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 Boah. Ähm. 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 Ja, kann nicht verkehrt sein. Was? Du Schwein. Na, komm. Pussy, 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 komm. Alter, ich wollte gerade sagen, krepiert er nicht? Wieso geht das Leveln jetzt eigentlich so schnell? Also mir kommt es zumindest davor. Ich muss echt noch mal in jede Ecke gucken hier. Ah, da. Fast übersehen. Frost. Ich bin noch mal zu schnell beim Einsammeln. Sorry dafür. Okay, da war nix. Dann gehen wir weiter. So, ein Hauch von nichts. Ich weiß, was das ist. Hm. Hätte ja klappen können. Oh, okay. Ich glaube, jetzt wird es ernst.